Guten Tag! Willkommen zum heutigen Overwatch-Stram hier auf Trudal, äh, ne, der Totala heißt das hier, ne? So, Overwatch geht hier heute los, ey. Richtig, Trong geht's hier heute los, aber ich mach nochmal irgendeine Sache. Eine Sache gönne ich mir noch eben. Halt, stopp. Halt, ne, der Halt, stopp. Ah, mach schon wieder scheiße hier, ey. So, gleich sind wir hier soweit. Na, wer ist denn alles noch am Start hier? Guten Morgen, guten Abend, so. Ah, jetzt sind wir hier in den Overwatch, hoffentlich passt das mit dem Ton heute. Wenn der Ton wieder scheiße sein sollte, rufen Sie mich gerne an. Ähm, ja, ich hab auch oben hier meinen Ping eingeblendet und meine FPS-Zahl. Weil ich finde, das ist eine sehr interessante Sache. Und, falls irgendjemand Bock hat, kann der ja ab und zu mal ansagen, wie sie Likes für so haben. Oh, weil ich seh das jetzt nicht. Auf meinem linken Bildschirm hab ich OBS und den Chat. Und auf dem rechten läuft Overwatch. Also fang mal auch, denke ich mal an. Ich will eine Mischung zwischen Skill und Fail sehen, okay. Guten Tag! Ich erstmal alle grüßen hier. Die Wurst ist am Start, Spear ist am Start, Bermi, Mtendo, Procumen20, Bermi und alle weiteren Leute hier, ey. Ja. Ja, wir spielen heute mal Overwatch. Und, ja. Hier ist schon mal, ist schon mal eine krasse Sache, ich weiß. Sag gleich mal, wie der Ton ist. Ich hab jetzt, ich glaub hier, ich hör hier gar, ist hier im Minuton? Ich hör irgendwie grad gar nix. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwie schon blind, äh, blinden, euch schon taub bin oder so. Ich hör auf jeden Fall nix. Ich seh hier auf jeden Fall jetzt irgendwann online. Äh, ja. Edit mich doch mal. Oder, wie noch, wie machen, was machen wir jetzt hier? Ich würd sagen, ich spiel mich erstmal eine Runde warm. In der Zeit können die Leute alle reinkommen und ich hau euch eure, meinen, äh, das mach ich jetzt, oh, oh shit, hier. Ähm, ne, ich will eigentlich den Raum aufmachen, deswegen nehm ich da nicht an. Ich mach den Raum auf. Ich bin hier der Chef, okay? So, als erstes dürft ihr mich alle adden, deswegen mach ich nochmal eben kurz, äh, Battle.net Account, wer ist denn der Scheiß hier? Achso, mhm. Ich hau das mal eben in den, in Stream-Bild, muss ja alles festgehalten werden, finde ich. So, da, wird alles super. Blizzard, ich weiß gar nicht, wie ich die schreibe, äh, irgendwie. Blizzard, hoffe, das ist richtig geschrieben, man lacht mir bitte aus. Äh, ich brauch den Namen, der Oberzicke, 2132, okay, danke. 2132, so, das ist jetzt irgendwo eingebendet. Ah, ich muss da noch was ändern. So, wie geht's denn euch allen so? Geht's euch super? Ich hoff's. Äh, ich nehme mich da für ne Schriftart, äh, äh, hier gibt's viele Schriftarten, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Uh, hier gibt's einiges, oh, ich, jetzt geht's hier aber ab, ich sag's euch. Äh. Ja, so passt, so, jetzt wird da noch der Name eingeblendet. Bitteschön, gönnt euch, da ist mein Name, das ist mein Ad-Gedöns-Name. So, ich würd sagen, wir fangen nochmal an. Ihr wollt den Spaß eures Lebens auf einer Webseite haben? Geht auf tothas.de. Nun, der Luca, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Mir geht's prächtig, ich hab grad eben ein neues Profilbild erstellt. Wie geht es euch, ey? Super, ey. Ja, ich kann auch reinkommen, aber mein Skill für die PC-Version ist nicht gut. Das ist kein Problem, ich kann auch nix. So, edit mich, aber ich würd sagen, wir spielen erstmal eine normale Runde zum Reinkommen. Und dann mach ich einen Raum auf und da könnt ihr alle reinkommen, wenn ihr mich in der Zeit auf Blizzard geedit habt. So, ich hör's auf jeden Fall Ton. Das ist schon mal ne krasse Sache hier. Ich mach hier gleich den Raum auf. So, ich nehm hier meinen, wer kennt's nicht. Was ist das hier eigentlich? Bereite den Angriff vor. Okay, ich bereite vor. Hab schon einen Account, bin schon Fame. Ja, ich glaub, ich mach den Ton ein bisschen lauter, ne? Äh. Ja, ich glaub, so sollte... Ich mach mal ein bisschen lauter hier alles. Äh, scheiße, hab mal was. Jedes Mal, wenn ich aus dem Spiel rausgehe, seht ihr so ein kurzes Flimmern. Das ist leider so. Ich kann auch nicht erinnern. So, ähm, ja. Wir sind jetzt hier am Start. Die dunkle Seite ist es los. Sehr krass mit Ton. Ja, ja, das ist schon ne Ansage hier. Achso, das geht schon los, ja. Das ist ja hier. Okay. Uh, ich muss mich jetzt mal einarbeiten, ey. Mein erster Kill wird richtig krass sein, Leute. Also, wie mach ich das? Ah, ja, das ist nochmal das krasse Ding hier. Wie kann man eigentlich mit dem Toad-Account auf deiner Website machen? Kommt da noch Funktionen? Ja, du kannst zum Beispiel, es gibt zwei Toad-Beiträge. Da kannst du kommentieren. Das ist schon mal eine richtig krasse Mitglieder-Funktion. Du kannst kommentieren. Und da werden noch mehr Funktionen kommen. Aber habe ich noch nicht gemacht. Und ja. Oh, mein Gott. So, ich stimme jetzt hier hin. Finde ich da jemanden? Ja, so halb habe ich den getroffen, glaube ich. Äh, nee, ich glaube, das wird nix. Ich stimme jetzt hier hin. Und überrasche die. Hoffentlich kommt keiner von hinten. Da habe ich ein Problem. Oh Mann, gerade jetzt wird Oberwatch bei mir aktualisiert. Was für ein unpassender Zufall. Ja, das dauert aber nicht so lange. Das war bei mir vorhin auch. Das hat aber ein... Oh Gott, da ist so ein selber Typ wie bei mir. Ich überrasche ihn jetzt von da. Wartet. Ha! Damit hast du nicht gerechnet. Ich bin so gut. Oder? Ich hoffe es doch. Ich bin so gut. So, rauf da. Ja, ein Ping von 30. Das geht noch gerade so. Das ist gerade noch so. Okay. Och, du heilige Mutter Maria. Hilfe, Hilfe. Ich muss hier weg. Okay, ich habe noch genug Leben. So ist es nicht. Und bald zum Beispiel glauben auch eigene Beiträge und so weiter. Ja, eigene Beiträge ist so eine Sache für sich. Das ist so ein Feature. Auf der, äh, das... Also, diese ganzen Accountsachen. Die laufen ja über ein Plugin bei WordPress. Und bei dem Plugin kostet es 20 Euro, dass man diese Beiträge-Funktion bekommt. Das wäre eigentlich gar kein Problem, weil YouTube Money und so. Nur das Ding ist, die wollen eine scheiß Kreditkarte und die habe ich nicht. Die haben auch meine Eltern nicht. Also, frage ich mich da echt, wie ich das kaufen soll, wenn man eine Kreditkarte braucht. Was soll denn der Scheiß? Weißt du, warum nicht einfach über PayPal? Wo ist euer Problem? Alter! Oh, ich habe die weggehauen. Ich bin so gut. Und da ist gleich der nächste Oberzickel. Das ist mal ja bei denen hier. Oder auch nicht. Wo ist denn der hin? Also, PS4-Overwatch. Tritt mal gegen mich auf der PS4 an, Bermi. Ich würde dich sofort fertig machen. Oh, das war jetzt eine Ansage. Ah! Ich habe vorhin... Äh, ich habe später noch vor, einen Wait zu machen, Leute. Also, seid mal ganz gespannt, was dann kommen wird. Ich bin's auf jeden Fall. Das Problem ist, ich habe das Spiel nicht. Oh, das ist natürlich ein Problem. Ist der Ton gut? Bist du... Ach, du Heilige. Bisher hat sich keiner beschwert. Also hoffe ich mal, der Ton ist gut. Ich habe ihn mal getötet. Wie denn das? Oh! Oh, da ist jemand reingegangen. Oh! Da stehen ja 80 Camper, ey. Was haben die denn für Probleme? So, wir müssen hier die Fracht zum Gegner bringen. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ey, ey, ey. Da kommt keiner. Oh! Mann! Was für Oberzicken. Das war eine Vorlage, gerade eben dein Kill. Ähm, okay. Oh, oh, äh, hast du ein Problem? Ich habe jetzt hier mal eine Special Attack vorgeladen, aber wegen der will ich das eigentlich nicht verschwenden. Ich gehe einfach weg. Dann kann die doch halt stehen bleiben. Ist mir doch egal. Das war, glaube ich, nicht die beste Idee. Halt, stopp, du alte Oberzicke. Ich muss hier weg. Und wie ich hier weg muss. Oh, ich habe jemanden getötet. Äh, tschüss. Ich gehe dann mal. A, jetzt verarsche ich den. Jetzt verarsche ich den. Alalalalalalalalala. Fuss. Ah, das war gut. Dagegen habe ich nichts. Okay. Nice. So, ich glaube, ich ist hier irgendwo ein Gegner. Ich will gerne mal meine Special Attack einsetzen. Ja, da oben Das ist Glasscheibe, ne? Das ist Glasscheibe, Bruder Das ist Gras Grascheibe, wäre da immer besser, ja? Hallo, ich wäre da hoch Das ist wie so Turmkommandos wir tun Ich, i bims, ein Enkling, i bims Ich möchte Ohohohoho Ich rieche das Highlight schon Die Töne von Die Töne Die Töne von heute Die Töne sind auch gut, Bruder Danke, danke, da Sieg Aha Also hier habe ich wenigstens Gegner Bei denen habe ich Chancen zu gewinnen Nicht so wie bei euch Warum bin ich nicht Highlight? Mann, ey Darauf muss ich jetzt erstmal Wasser trinken Das geht so nicht Drei, oh, Dreierkill Richtig krass Bestes Deutsch, ey Auf jeden So Warum bin ich hier nicht zur Auswahl? Das finde ich nicht gut Episch Oh So, ich will mal gucken Oh, ich bin fast Level 8 Ich bin so gut Mal gucken Gibt es ein paar Anfragen? Freunde von Freunden? Okay So, weil wir alles mitspielen eigentlich gleich Ganz allein einen Chat schreiben Dann können wir das machen Ist eigentlich dein Update mal fertig Knallende Wurst Du geile Wurst Er will mitspielen Okay, diese Runde machen wir noch eben Oder könnt ihr mich ja auch nachscheinen? Das weiß ich natürlich nicht Oh, das sind Rolltreppen Da will ich hoch Warte Nicht genügend Gutspiele Oh Das wird lustig Was ist denn das hier? Glückteid und Helden Hi 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 Wie mache ich das? Ja, so nicht Also auch nicht So auch nicht Was mir jetzt passiert All stopp Ja, man kann nachscheinen Dann sollte mir doch einfach nach ihr Oberzicken Dann joint mir doch Na Bö Bö Dann joint mir doch einfach nach Wäre doch das Beste So, was passiert jetzt hier? Haltet die Fracht auf Oha Drück auf C Ah Hallo Lass mich in Ruhe Drück C Umgeben habe ich Ah Nice Was hat der jetzt hier gemacht? Ist der jetzt schon Trump geworden? Muss der jetzt hier schon wieder Mauern bauen? Das finde ich nicht in Ordnung Lass Oh, der zieht mich immer so an, der Typ Ey, ich mag den nicht Tschüss Oh, das sind alles richtige Oberzicken hier Ne, ich gehe jetzt weg hier Lass mich in Ruhe Nein Ich bin hier gefühlt umzingelt von diesen Typen, ne? Dann hast du Ah Psst Wo sind meine Teammates? Was machen die? Sind die bei Magis schon, oder was? Satz des Tages Joint doch einfach nach, ihr Oberzicken Ja Ich finde, das könnte man einfach mal machen Ach, hier seid ihr Ich sage, ihr seid bei Magis Doch nicht Oh, ich treffe hier wieder nichts Und der Gegner interessiert ja auch nicht für mich Bei mir nur recht Kill ich den halt Oder auch nicht Ja Ja Pfff Hallo Ah Dalyon Hi Du Kommst richtig Zu einem Kill Aber nicht von meiner Seite aus Oh, die Map kenne ich schon Hier war ich schon mal Hier war ich schon mal Das ist schön, dass du mich im Visier hast Oh mein Gott Muss sie weg Achso Ja Das ist toll Er hat Spaß Bis zum Rage spielt Okay Ja, so aktuell ist es ganz nett Weil ich Gegner habe Die ich auch mal killen kann Also Ist das alles drin hier heute Und der ist hier wieder Highlight geworden Das finde ich nicht in Ordnung Toll, das ist eliminiert Oh mein Oh Mann Oh So Und wieder bin ich hier nicht zur Auswahl Das ist doch Mobbing Den nehmen wir denn jetzt hier Ja, komm Wir nehmen mal den Typen hier Den Yavadadalalabujabopi Den nehmen wir Und jetzt bin ich endlich mal Level 8 Richtig gut Wo ist die East drin Und Adriano Mola Ich Auf jeden Fall hast du ein schönes Profilbild Hi So, jetzt öffnen wir mal eine Lootbox Würde ich sagen Jetzt haben wir denn da schönes drin Das ist ein Skin, ne? Ne, ne, siegesprose Okay Mit dem ganzen Gedöns kann ich eh nicht so viel anfangen Ist auch nicht so wichtig Oh, die Map sieht aus wie Sunshine Wo ist die East drin? Wollen wir mal sehen, ob der was kann, ey Der Typ Das wollen wir mal sehen Aber der ist im Gegner Team, ne? Ey, der ist geil hier Wo ist denn der? Knallwurst schaut jetzt zu Oha Wie kann ich denn Leute einladen? Mein Team Ach du Oh Gott, es geht schon los Ja, ich muss ja erstmal ein bisschen einspielen Aber das knallwurst schaut mir jetzt zu Oh, da muss ich ja jetzt Der schaut mir jetzt doppelt zu oder was Das ist ja richtig krass Lalalala Geht's ja los Also, das vorbereiten So, ich mach mich warm So, ich hab mich jetzt warm gemacht Raus Ich werde den Zielpunkt einnehmen Da schwöre ich drauf Den nehm ich ein So, jetzt bin ich auch mal da Ja, hallo Nico Du warst vorhin schon da Und dann warst du direkt wieder instant weg Wo der Stream angefangen hat Und da dachte ich mir auch so Jetzt geht's hier aber los Dachte ich mir So, das müssen wir angreifen Wir wissen, okay Okay, nice So, wo sind überhaupt mal Gegner? Da hinten ist eine Oberzicke Ha Der ist schon mal weg Ja, ich werde angegriffen Halt, stopp Und da kam auch eben jemand Wo der jetzt wieder weg ist Ne Warte mal, jetzt mach den hier Ha Ha Schade Ha 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 Und Ele Ela Nicht Elea Ela Hi Uh Uh Den machen wir auch weg Komm Ich bin ja ein bisschen offensiv hier Geht aber weg Wir sind das verteidigen Aktuell läuft es ganz gut für uns Aktuell läuft es ganz gut für uns Und was passiert Und was passiert Ich werde gekillt Hat jeder schon ein Like gegeben Jeder hat ein Like gegeben hier Weißt du Ich sag aktuell läuft es ganz gut Was passiert Ich werde instant gekillt Ja, danke dafür Danke dafür Wer hätte das Spiel gerne für die Switch Ich Irgendwie schon Zwar nicht unbedingt Aber Switch kann Online-Spiele Ne, das nicht Switch kann Online-Spiele gebrauchen Von daher Ist jedes Online-Spiel Eigentlich ganz gut Wenn es kommt Ah Jetzt gehe ich da Von wer greift mich da die ganze Zeit an Ah Ich mag diesen Typen echt gerne Ey Ah Hier sehe ich nichts Ah Muss aufpassen Dass keiner von hinten kommt Bäm Und weg mit dir Tipp Stell dich nicht auf Auf dich Befassen Das ist mir eigentlich klar Weil ich mich dann nicht bewegen kann Wo kommt das her Ah von hinten Der hat auch so ein Typ Die Gegner Erinnere mich an den Stream von vorgestern Vorgestern? Was ist denn da passiert? Das war doch richtig skillisch von mir Ah Ich gehe lieber weg Dem lege ich mich mal nicht an Aktuell läuft Ach du Scheiße Scheiße für uns Sicher jetzt erst Ah Ist das denn Wir gewinnen hier, ne? Dann sehe ich so Ne, wir verlieren Oh ne, ne? So, ich setze jetzt hier Mal die Special-Attacke ein Das reicht mir jetzt langsam Das ist hier aber mal Schluss Schicht im Schacht Ja, jetzt reicht's mir ja mit euch Hoho Hey, jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Ne Und F2P Kami Hi Guten Tag Ich kann jetzt eher wenig in den Chat gucken Wenn ich immer spiele Ich gucke inzwischen durch immer in den Chat, Leute Treffe ich den? Das ist, glaube ich, ein Teammate Oh, der Fette Oh Wird wieder angegriffen Hier Halt, Stopp Nenn mich einfach Kami Okay Das ist jetzt nicht passiert, ne? Oh, wir gewinnen Aber der Das war der lächerlichste Tod Den ich je hatte Ich glaube, ich bin kein einziges Mal in dieser Runde gestorben Und dann sterbe ich so lächerlich Ja, das ist schon Ziemlich bitter Oh, ich bin hier Ist die tot? Ich weiß nicht Und nein, auf jeden Fall Haben die Gegner wieder Die Macht Ja, ich sollte hier weg Du, Luca Sag mal nix, ne? Nach hinten runter springen War sehr clever von dir Ja, ich hab nicht gewusst Dass da schon das Ende ist Das ist doch bitter Mano, ey Ich seh gerade Da wird meine PC-Uhr eingeblendet Naja, ist gar nicht mal so schlecht Ich will ja heute zwei Spiele spielen Nicht nur Overwatch Sondern auch noch Rocket League Kommt auch noch Also von daher Ist das gar nicht mal so schlecht Dass oben Die Uhrzeit eingeblendet wird Ganz klein Warum denn auch nicht? Bill und Omega aus dem Start Ja, moin Guten Tag Nachdem musst du mal den Kampf beenden Ja, okay Obwohl, ist die Wurst nicht mal dabei? Nö Okay Ah, her, der wollte ja zusehen, ne? Nach der Runde mach ich den mal ein bisschen privat Aber ich werde Ich wette mit euch Da werde ich dann sowas von vernichtet Weil hier mit so Random Guys Das ist ja noch entspannt Irgendwie Aber ich hab ein paar von euch Schon mal auf dem Discord gespielt Und Naja, da hatte ich echt wenig Chancen Äh, lass mich nur Aber hier sind die glaube ich Alle in meinem Level Von daher passt das schon Oder was haben die so für Level Ja, ungefähr Ungefähr Ja Ich werde schon wieder angegriffen hier, ne? Stopp Auch immer das jetzt herkam Ah, da sind Leute Das ist auf jeden Fall härter Gegner als noch Sofort Vor allem diese eine Tante, ne? Die macht echt Stress Mach da mal Privatmensch Ja, du bist denn der Einzige Der auf meinem Niveau ist, Nico, ey Die anderen, die haben mich letztes Mal so vernichtet Das glaubst du gar nicht? Ach du Scheiße, ey Die stehen da alle nebeneinander Die sind echt nur so Campern, ne? Ey, da heilt sich der Eierkopf Die ganze Zeit Stirb doch endlich Oh nein, jetzt kommt ein bisschen zu Viele Leute Wir sind nicht gut Du bist halt schlecht Noob Tem Luca Ich hab jetzt nicht Noob im Namen, okay Oh Das war eine Ansage Ich merke das schon Window Watt Window Maker Ist halt am besten auf einer Achso, ich dachte eben Du war jetzt Windows Movie Maker Windows Maker Ich dachte mir schon Was geht denn jetzt ab, ey Was will denn der mit so einem Windows Maker Ja, okay Wir sind vorne Ich dachte, wir sind sowas von weit hinten So, jetzt stell ich mich hier hin Ah Ich suche jetzt Stress Hier kommt keiner vorbei Ich bin Türsteher An einer Mauer Die Tür konnte ich mir noch nicht leisten Salut Seit wann wäre denn hier Türsteher angegriffen Ah, die Oberzicke Wie kommt man da hoch? Wie komm ich da hoch? Hier ist ein Oberzicke Aber ich glaub, die sucht Stress Deswegen geh ich jetzt weg Ich würd sagen, ich Mann Aber ich hab öfter Hab ich jemanden gekillt? Glaub nicht Schade Lol, 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 als ob ich im Match drin war Was, warst du da drin? Was? Kleine Wurst, schau zu Das find ich halt sehr schön Was machst du schön? Rocket Trump mit einer Ulti Ja, ich bin zu doof dafür Hab gleich ein Life vergessen Also, das geht so gar nicht Wow Ich glaub, mein erster Kill, ne? Ne Fünf Alter, dieser Bogenschießen-Typ Äh, Bogenschießer-Heiny-Typ, ne? Was? Wie ist das passiert? Das brauch ich schriftlich Hä? Ich hab den nicht mal gesehen So was Schlechtes sieht man eher sehr Oh, mega, hallo Also, das höre ich nicht gerne, ne? Oh nein, die holen auf Die haben schon aufgeholt Oh, ne, ne? Stopp, ihr Oberzicken So schlecht bin ich doch gar nicht Ich mach auch Kills Jetzt wär's massiv Ja, ich merk das schon Oh Jetzt wär's massiv Ich mein, ich sag's ja Stirb doch endlich Ich muss hier weg Ich muss hier weg Oh, was ging jetzt ab? So verloren Schade Der Sniper-Bogenschießer-Typ Ist halt an An nahe Distanz Am besten zu kriegen Ja, ich Weil der halt ausruhen muss Und so, ne? Oder so So Jetzt geh ich auf jeden Fall raus Aber erstmal gönne ich mir noch meine EP Warum werde ich nicht Highlight, ey? Das ist doch alles Betrug hier Mano Alles Betrug hier Und Juli Und Julián Ich wollte Julián sagen Aber ne, Julián Hi So, was nehmen wir denn jetzt hier? Ja Ich unterstütze hier mein Team Und jetzt geh ich hier raus Match verlassen Match verlassen So Würde ich sagen Einfach mal einen Raum auf Und zwar Ach ja Ich muss irgendwie Plus drücken Kann das sein In Gruppe einladen In Gruppe einladen In Gruppe einladen Und die Wurst ist schon wieder raus? Was ist denn los mit dir? Kommst nachher Essen in die Runde? Okay Mein Team Halt Schlapp Wieder bleiben Ja Kneidewurst Kommen sie mal dazu Das mache ich jetzt mit der Maus, ey So Ist auch am Start Hat für ein Ding Stopp Das Mikrofon will ich jetzt eher weniger Ich hoffe, es ist auch irgendwie aus Ich bediene die Einstellungen Ich will kein Voice Chat Audio Voice Chat Gruppe Aus Aus Alles aus Und der wird auch Beiträgen Können wir machen So Jetzt gehen wir wieder hier rein Hier sind wir jetzt Chris Boy Knallwurst Konizo Okay Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein Ich habe keine Ahnung, wir machen einfach mal Ja, hi Bin unendlich drin Ja, läuft bei dir So Ich bin mir wieder Chris Boy Ich schreibe einfach mal hi Die fragen mir alle Hallo, ey Irgendwann alle Zuspämmen hier Oh shit Oh Alter Der wäre ja hier direkt Stress von Anfang an Hast du ja mich gekillt? Manchmal denke ich mir echt Wie kill ich hier Leute Aber es klappt Kill ich ja fast mehr als Es wird tun, ey Zumindest Ohne, dass ich mitkriege Oh, die Map kenne ich auch schon Da habe ich schon mal bei Knallwurst gesehen Stopp Ah, der hat seinen scheiß Schutzschild Oh, was schießt du denn da jetzt für Laser, ey Äh, den treffe ich nicht Kann der da bitte mal weggehen? Regt der auf Oh ne, der Bogen schießt ein Typ, ne Der regt auch derbe auf Haha, ich stehe da Ich habe Zeit Was macht der Chris Boy Da hat er direkt meine Stärke Konnitz so spät ist als Hanso Vor McQueen Nico, warst du mit dem nicht zufrieden oder was? Die Stange ist so schwer Ich spiele hier mit Controller Lacht mich gerne aus Aber Ich möchte mich mit einem Stick bewegen Ich kann einfach nicht Tastatur Bewegen in einem 3D-Spiel In einem 2D-Spiel mit Tastatur bewegen Entspannt Aber in 3D Also das ist ja hier so 3D In 3D-Spiel mit Tastatur Mit den Tasten Das finde ich ziemlich belastend Deswegen mache ich das auch nicht Liegt mir auch daran, dass ich da einfach nicht In der Übung bin Und ich es deswegen nicht mache Und lasse mich doppelt einfach mal in Ruhe Der alten Oberzicken Wo sind eigentlich meine Teammates? Auf dem Klo oder was? Ich spiele hier weg Erstmal gönnen So, jetzt war ich hier Jetzt reicht mir das Breche ich einfach mal da hoch Sind die alle eigentlich in meinem Team, die Leute? Ja Hallo Hallo Die Stang ist so schwer Soll ich auch online gehen? Ja, komm online, ne? Gönn dir Muss ich erstmal adden, glaube ich Also der Name steht da ja Beschrieben Im Stream-Chat Äh, Stream-Bild Jetzt bleibe ich mal hier Wenn der wieder gucken tut Hallo Ja, 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 ja Ich warte auf dich Nein, da kommt er, denke ich, nicht mehr Der hat's gescheckt, dass ich da komme Und kommt er nicht mehr, die alte Oberzicke Wie können die eigentlich fliegen? Da liegt jemand tot Super Wie lange dauert das hier eigentlich? Soll mal losgehen Ja, 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 ja Der Typ hat Hoffnung im Leben Der Typ hat sowas von Hoffnung Der Typ hat sowas von Hoffnung Das darf ich gar nicht Manu, jetzt ist der Ende Ja, ich mach mich gern bereit zum Angriff So Stellt euer Team zusammen Das mach ich doch gerne Und dann fangen wir auch mal an hier Viele Runden machen wir gar nicht Weil ich glaube, ich will noch ein bisschen Rocket League Oder mal gucken Wie kommst du mit dem Controller zurecht? Hast du keinen? Spielst du mit Tastatur oder was? Für dich geht ganz entspannt Das ist der Xbox 360 Controller Äh J Bitte Komm ran Noob, der Luca, schau zu Was? Ein Noob, ey? Ja, guck mal, da ist der Konizu, Alter Moooon Ich hab schon wieder vergessen Welche Taste war das noch? S? Ne Welche Taste war nochmal diese Chat-Befehle? Ich drücke hier jede Taste Ey, gleich stürzt hier alles ab Halt, stopp Ich glaube, ich lass das lieber Ich hab vergessen, welche Taste das war Ich spiele mit Tastatur und das ist sehr schwer Ich finde es mit Tastatur auch schwer Deswegen spiele ich es ja mit dem Xbox 360 Controller für den PC Der Switch Controller geht ja hier leider nicht mit Bluetooth Das wäre Killer gewesen So, wir bereiten uns vor Keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich folge einfach mal dem Typen hier Angriff beginnt Oha C.A einnehmen, okay, gönnen wir uns Ja, ich hab's Ahja Ja, gut, das macht auch Sinn C für Chat Ja, gut, ich hab Demenz C für Chat, das macht irgendwie Sinn Oh Okay, nein, nein, nein Warum kommt da so ein Typ? Die stehen alle da hinten Warum kommt der von da? Hat der kein, hat der ein Problem Oh, du heiz mich Bruder Bruder bist best Äh, scheiße Ey, die wollen es aber wieder wissen hier, ne? Die wollen das wieder sowas von wissen Null Chance Deswegen grabe ich jetzt mal von hinten an Wann beginnt eigentlich Rocket League? Ähm, mal gucken Ach du Scheiße Die wollen mich alle moppen hier, ey Die wollen mich alle moppen hier Keine, bitte mal jemand killen Ja, was wird nix mehr, oder? Die stehen da alle und kämpfen da wie nix Ob die nix zu tun haben den ganzen Tag Die wissen, dass ich da von da komme, ne? Ist das Schlimme Die wissen das Und du kommst da einfach nicht vorbei Deswegen geh ich jetzt von oben Wie der Typ hier Wie die knallende Wurst Von oben kommen Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, du eine Wurst Ja, aber nicht so Ja, hä? Hätte er mich gekillt? Diesem Gameplay gebe ich Elf von zehn Punkten Danke mal Danke, danke Danke Piers, versuch mal jemand andern Das ist Pflicht Hallo, ich muss mich jetzt ein Ja, weiter Okay Und ich finde den einfach geil Mit diesem Ding hier Kannst du richtig abgehen Wenn du da mal jemanden triffst Ja Das muss mal so gesagt werden, ne? Ich komme jetzt auch mal von oben Achso, das ist hier noch gar nicht Das ist jetzt hier Äh, äh Oh Oh, jetzt kommen die schon nach hier, ey. So, ich warte jetzt hier. Komm ruhig. Ja, okay, jetzt kommen die wahrscheinlich nicht mehr. Ne. Ich weiß halt sehr viele Taktiken, ja, ich merke das schon. Aber ist auch nicht die größte Taktik, nach oben zu gehen, wenn die da campen. Was ist mit denen passiert? Ich hab da keine Chance, ne. Warum ist alle drei Sekunden die Munition leer? Kommt noch dazu. Ich geh wieder nach oben, da hab ich noch am meisten Chance. Ach du Scheiße, was ist das denn hier für ein Typ? Also, der hat auch Hobbys im Leben, ne. Guck mal, da hat auch Nico keine Chance, der verrickt auch erstmal. Ja, das freut mich, dass du wieder da bist. Hast du grad, das ist Pflicht gesagt? Was ist Pflicht? Mit dem hier zu spielen ist für mich Pflicht. Oh, jetzt hab ich ne Idee. Ich geh mal zu früh da hoch. Ich denk immer, das ist schon ein früher. Jetzt hab ich aber eine Idee. Ich geh hier hoch. Wie Chris Boy es macht. Und dann mach ich den hier. Und dann ist hier Pflicht im Schacht. Keine Ahnung, wo noch Gegner sind. Ich balle einfach mal. Ich brauche ein bisschen Support hier. Und dann läuft das schon. Ein bisschen Support. Wir haben eingenommen. Oh Mann. Aber wir haben eingenommen. Wir haben eingenommen. Oh, das aber... Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier sowas von weg. Hallo. Wenn 80 Gegner mich verfolgen, kann ich da auch nichts tun. Kann ich auch mit spielen? Ja. Du musst mich adden. Und dann lade ich dich irgendwann mal ein. Hast mich denn schon geadet? Ich kann nach der Runde mal gucken. Auf Blizzard. Adden. Rechts unten ist der Name der Battle-Tag eingebendet. Ich stelle mich jetzt hier hin. Oder auch nicht. Weil ich schon wieder angegriffen werde. Oh, die Gegner sind schon harte Leute, ne? Ich glaube, ich komme wieder von oben. Das Einzige, was ich kann. Okay, das ist gar nicht von oben. Ich bin anscheinend... Achso, ich glaube, der ist hier irgendwie weiter hochgegangen. Kann das? Ah, ja, hier. Als ob der mich gekillt hat. Womit? Lame. Ich glaube, die Runde verlieren wir. Ich habe so die leise Vermutung. Weil wir haben das Ding noch gar nicht bewegt, ne? Ach du Scheiße, ey. Ich muss eigentlich, glaube ich, hinten bleiben. Und ich bin ja so der... Ich bin nicht gerade der Frontalangreifer mit meinen May-Typen hier. Schade halt so ein bisschen die Gegner. Dann müssen halt meine Teammates killen. Lame. Ja, ich merke das schon, Omega. Das war auch lame. Das hätte ich ja besser gemacht. So, jetzt stehe ich hier. Was geht denn jetzt ab? Ich habe dich im Visier mit... Oh, hallo. Wo ist da... Wo kommt der her? Was? Der hat mich gekillt. Du hast gar nicht gemerkt. Manche Kills sind aber auch irgendwie lame. Könnte das sein? Rabinator, hi. Guten Tag. So, jetzt geht es aber gleich los hier. Wieso reicht die Ex-Person nicht so weit? Na immerhin. Oh, la, 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 la. Lass mich in Ruhe. Verlängerung. Läuft. Ja, ich glaube, das wird nichts. Na gut. Die Runde haben wir jetzt nicht so gewonnen. Eine Runde geht auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal vielleicht ein bisschen Rocket League. Oder halt weiter Overwatch. Mal gucken. Ja, ich habe ein paar Kills gemacht. Was? Ein Kill? Nee. Ich habe doch nicht ein Kill gemacht. Das war doch mehr als ein Kill. Bin es blöd? Kann ich das nochmal sehen oder wo? Nee. Also war auf jeden Fall mehr als ein Kill. Also hoffe ich. Geile Seite, kann man für ihn, dass ich genauso. Geht alle auf ToddOffs.de und das stellt dann richtig krassen Tote Account. Ein Kill gemacht. Ja, heute nicht, Julian. Heute nicht. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist für ein Spiel. Ob das taugt für ein Stream. Keine Ahnung. Ich habe nur drei Kills. Ja, kleine Wurst. Bitter ist es im Leben. Bitter ist es im Leben. Kann ich immer gut laufen. Heute zumindest läuft es nicht so ganz gut für mich. Du musst auch das lesen, was wir im Spiel schreiben. Ja, lese ich doch. Nice. Gute Ulti, oder? Ich habe nur drei Kills. Ich lese doch den Chat im Spiel. Mann. Juli spielt das Overwatch. Läuft bei dir. Kann ich noch jemanden einladen? Halt, Stopp. Äh. Ich glaube, die wollte noch. Kann ich sie einladen? Ich glaube, die spielt schon mit, ne? Keine Ahnung. Das ist mein Stil. Medaille-Tastatur einfach für die Tonne. Mein Skill. Na, das ist natürlich sehr belastend. Ist ja zum Heulen. Aber das es auf deinem Laptop überhaupt so gut funktioniert, das ist ja schon mal ganz gut. Oder wie ist da so die Technik bei deinem Laptop? Du willst den Zielpunkt verteidigen? Das ist ja... Ah, schon wieder das. Bringen die Scheiße ins Ziel, okay. Okay. Ah, ich geh mal da hoch. Moin. Vier. Troll. Zwei. Olds. So, von da werden die ja wahrscheinlich kommen, die Oberzicken. Ich bleib mal hier stehen. Das hat sich irgendwie angehört, ob der Andreas ist im Spiel. Andreas, ich wusste gar nicht, dass du auch Overwatch spielst. Kommt hier mal irgendjemand? Wir müssen doch diese Zone hier verteidigen, oder ist das falsch? Warum rennt ihr denn alle zehn Kilometer weiter weg? Ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Ähm, lass mich bitte alle in Ruhe. Äh, was sind das für Oberzicken, Alter? Hallo? Alter. Äh, da ist noch so ein kranker Typ. Ich krieg hier gleich einen Herzkollaps. La, la, la. Stipp doch alle mal weg hier, ey. Oh, ach, du Scheiße, wie sie leben. Hatte ich denn nur eben noch. Ey, da ist schon wieder so ein Suchti. Mit dem Laptop läuft's ganz gut. Ja, wenn's bei deinem Laptop läuft, dann kriegt man das auf die Switch auch gepordet. Weil die Switch hat der PS4-Technik. Mein Laptop ist der größte Kack-Dreckshaufen, den es gibt. Das ist natürlich nicht so gut. Wie viel... Was sind Grafiker, hast du denn? Wenn der Rob eine drin ist. Na, ich spiel's hier auf dem PC. Für alle, die es noch nicht wissen. Kann ja immer vorkommen, dass sich einige fragen, auf welchem System ich da spiel. Ist der PC? So, welche Zone müssen wir jetzt eigentlich verteidigen? Wo sind das? Keine Ahnung, ey. Bin ja jetzt wieder gestorben und bin ja jetzt irgendwo anders. Hier sind auf jeden Fall meine Teammates. Wir haben verloren. Ach da, verteidigen. So, jetzt geht's aber ab hier, ey. Jetzt hab ich genug mit euch. Ach! Nur ein Kill? Ich hab gedacht, es ist ein mehr. Doppelkill, immerhin. Im Bio-Spieler und bitte, ja. Genau. Alles Betrug hier. Ich glaub, wir verlieren, ne? Kann das sein. Bin mir hier in dem Oli immer gar nicht so sicher. Ich glaub, wenn die rote Linie weiter verläuft, dann verlieren wir. Ja, da ist er, das Ding. Deswegen stell ich mir jetzt mal hier hin. Ist der doof? Alter, was geht? Lass mich doch alle in Ruhe. Hast du Stress oder was? Schlecht auf dem Knochen gewesen. Oh! Gott! Sag, mehr ist das Schlimmer als ein Horror-Geggen. Oh, das ist super. Der hat einen Tag, der hat einen schönen Tag gehabt, ist das. Äh, Omega, ja, privat habe ich schon öfters gewonnen mit meinem Team. So ist nicht. Kann man vielleicht irgendwo sehen, er heißt es, ich zeigen, dass ich schon mal gewonnen habe. Was ist denn das hier? Mal auf! So, jetzt ist es aber Schluss hier, ey. Ja, das hat jetzt eher, das hat ziemlich wenig gebracht. Ich hab gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Toll. Ich hab schon gewonnen, Omega. So ist es nicht. Aber das wird hier irgendwie heute nix. Highlight des Spiels. Highlight des Spiels. Ja. Was du brauchst heute hier. Highlight des Spiels. Allee, wir neuen werden wir heute noch was. Also eine Runde macht, können wir uns noch. Level 9 wären wir noch was. Das können wir uns heute noch. Wenn's heute noch weitergeht. hollywood ich mache mich bereit immer doch ich komme eben so was heute abgeht das ist ja alles festgehalten werden zwölf nur in twitter nachrichten ich hoffe es geht noch nicht los aber ich denke mal nicht okay geht los ja ich muss auch mal das spiel noch sehen danke so super ich bin in hollywood angekommen er hat mir noch 40 sekunden ich verstehe aber nicht warum das spiel ein irgendwie immer so viel zeit gibt hier rum zu kämpfen und zu warten bis los geht warum die kleine wort springt ja auch rum wie ein verrückter und ja okunica ist nicht mehr dabei der typ dachte schon wieder ich bin so schlecht für das spiel ich gehe jetzt weinen so war es wahrscheinlich immer dieser nico wenn ich denke ich kann nicht spielen die kämen mich alle weg ich gehe jetzt weinen och du scheiße ich hab dich trefft den vortrag ja geil müssen angreifen wenn ich irgendwie mein weg finde alles zu die türen alles dicht hier der typ hat auch hoffen um leben der kennt mich und ich wollte gerade sagen der kennt mich aber nicht und was macht er das ist belastend das ist belastend hier ist unser beschütz hier ist unser beschütz oh ha stopp stopp nein nicht der schon wieder schneidewurst beschütze mich oh die habe ich weggehauen die Juli Juli du bist weg ich glaube das ist nicht auch von uns kann das sein komm viele asis oh Andres geknallende Wurst ist gestorben ey oh ha der ist weg vom fenster ich glaube ich stelle mir jetzt einfach mal hier hin immer dieser Typ mit dem Bogen ne ey der ist ja mal sowas von anstrengend ist ja nicht mehr feierbar nein der gehört uns so ich stelle mir jetzt hier hin und dann wird geballert doppel kill nein wir haben ihn eingenommen oh wir sind so gut Leute wir sind so gut oh was ist das denn jetzt bam so ich stelle mich hier so hin stopp warum killt der mich lass mich doch am Leben ich bin doch weggegangen wie herzlos bist denn du hast du kein Herz lass mich doch leben wo bin ich denn jetzt gelandet ey bei Kick in der Abteilung im Lager super so jetzt setze ich das hier ein ey tschüss schon wieder von irgendwo werde ich angegriffen hat irgendeinen fliegenden Typen in der Luft das ist ja super war da nicht irgendwie ein Typ eben ne oh da ist aber jemand und der Typ will den Bogen mach mal eine App für die Seite ja geht ganz leicht eigentlich aber die sieht ja genauso aus wie die Website und deswegen sei es da noch nicht so ein Drang nach dir unbedingt zu machen wir gehen einfach mal da hoch Fahrstuhl an der Wand was macht man jetzt hier ach ey warum rutscht man da runter was gehen hier eigentlich ab ey da killt mich schon wieder einer ne wo sind diese Leute immer alle wo kommen die alle her was haben die für ein Glück ich kenn eine Person so ungefähr und die kill mich alle drei Minuten das ist ja hier Betrug das ist ja hier Betrug ja oh nie ne passt denn irgendwie nicht so viel lass mich einfach mal am Leben ey nimm mal alle geil drauf mich zu killen ich merke das schon da komm ich nicht rauf geil runterrutsch wie Domi schon sagt rutschen ist böse das ist auch böse rutschen ist böse das kann ich so unterschreiben hallo das ist ja nochmal Schluss das ist noch einer ha ich mach euch fällig oder auch nicht immer dasselbe wisch ist hier jetzt denkst du einmal du bist krass dann kommt da wieder so ein Typ und der macht dir alles kaputt jetzt ist hier aber Schluss gut erstmal heilen oh das ist schon wieder zehn oberzicken oh ich warte hier auf dich komm nur hier kommt keiner hier kommt aber bestimmt einer aber wir sind wir sind wir sind wir gewinnen fast oh lass die letzte runde hier gewinnen lass diese runde gewinnen lass diese runde gewinnen ich sehe diesen bogen schießen Typen und denke mir so ich muss da weg und dann bin ich schon tot raffi tot hi aber lass diese runde please gewinnen wir haben es fast geschafft wir haben es fast geschafft okay hier bringt das eher weniger bisher kein bogen schießen Typen also alles gut aber trotzdem heile ich mich mal ich schieße nämlich alle wie bekloppt auf mich ja mal näher ran ja gut 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 alles gut bisher das gewinnen wir jetzt hier kommt das gewinnen wir Sieg so muss das ah ist das toll wunderschön ich würde sagen mit Oberwart füllen wir jetzt auf für heute und jo haben wir noch ein paar Runden gemacht und ich habe auch dennoch durchaus ein paar Kills gemacht und da schreibt mir jetzt jemand krass das sehe ich genauso die Wurst ist Highlight und Chris folgt erstmal von mir einen fetten Like so muss das so gefällt mir das mir auch wenn er noch nicht Like gegeben hat ne haut rein und Level 10 ne Level 9 ich finde das ist schon eine gute Leistung so Halt Stopp Halt Stopp Halt Stopp ich habe gesagt Halt Stopp so wer fährt einmal eine Nude Box und es ist nicht Highlight ok dann nicht oh was ist das denn hier alles ey was kann ich eigentlich mit dem Geld machen ne das sind das sind die Erfahrungspunkte ne keine Ahnung ein Skin ganz nett ja ich würde sagen Overwatch beenden wir für heute was machen wir jetzt noch was machen wir jetzt schönes Rockleak oder keine Ahnung ey ich weiß es nicht was wir jetzt machen irgendwas Sachen kaufen was willst du denn kaufen eigentlich können wir noch ein bisschen Rockleak machen und der John du bist da moin ich würde sagen ja wir machen ein bisschen Rockleak kann ich ja schon mal starten so äh wo ist denn das game ey da Rockleak wird gestartet dann mache ich den Text hier schon mal weg den brauchen wir eher weniger so dann starten wir mal ein bisschen Rocket League wollte ich ja eigentlich beides heute auch spielen deswegen machen wir es einfach mal dass das Geld davon kannst du dir Extras im Spiel kaufen wie zum Beispiel Skins und sowas okay ich würde sagen das schauen wir uns noch eben kurz an so wo kann man denn hier was kaufen wieso Geld habe ich denn überhaupt hier nee wo ist denn der Shop Karriere ja auch nicht Highlights kann man auch irgendwo sehen wie viele Punkte man hat warte ich gehe mal auf Y ja erstmal ein Gruppe verlassen raus damit ja ich bin auch mein Profil kann man hier irgendwo sehen wie ich diese Runden nicht gewonnen habe sieht ihr ich habe 5 Runden gewonnen ja Helden Galerie da kannst du Sachen kaufen okay Solo Kill 10 guckt euch das hier mal an bin ich nicht ein guter Spieler 89 Tore okay Helden Galerie da gönnen wir uns jetzt Sprüche Skins äh ach so wie viel Geld habe ich denn 250 das kann man sich ja locker mal was gönnen hier ich finde das hier ganz nett hm keine Ahnung weil immer Standard rumzulaufen ist da auch lame ich finde diesen Blauton eigentlich ganz geil deswegen nehmen wir den einfach mal ja Logos was ist das was ist das und der Vogel ist süß die nehmen wir uns auch mal mit komm heute ist Gönnungstag heute ist Gönnungstag hier Waffen oha der Vogel ist irgendwie süß habe ich das jetzt ausgewählt ne keine Ahnung spar deine Credits lieber was ist Omnikrise was ist denn das ich finde den die hier auch ganz gut glaube ich und diesen Alien Typen wer ist denn das der hier aber was ist Omnikrise und meine Frage kann man auch einen PS4 Controller am Laptop verkoppeln bin mir da nicht sicher ein Skin ok wuh wieso kostet denn der 250 habe ich nicht mehr genug aber ganz schick ist der auch aber ich finde den Himmel hier auch im Blau ganz nett wie wähle ich den dann überhaupt aus ah so mache ich das wieso wieso müsste da stehen wieso wenn ich mal das richtig abgehend wo man heute hier so jetzt ändert noch mal eben ein Symbol wo kann man ja sein Profil mit ändern das weiß ich irgendwo aber egal wir gehen jetzt zur Orgid League muss ja alles festgehalten werden so Rocket League gut bei uns richtig professionell Sliden wir jetzt da rüber bin ich nicht gut ich hoffe es äh bei Overwatch will ich schon noch schließen so gut jetzt bitte einmal äh 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 geil das spürt sich erstmal aufgehangen geiler scheiß ja komm schließ wow da wird es einmal geil sein und willst von Overwatch zu Rocket League rüber switchen und was passiert das Spiel kackt ab ah ist das schön so jetzt aber jetzt aber die Sprüche sind der Hammer okay die Lache war die legendär ja danke dafür so jetzt bitte ich aber bitte auch ein bisschen Ton hier haben das oh jetzt oh mein Gott jetzt geht es ja aber ab ähm ich mache einfach mal einen Raum keine Ahnung kann jeder reinkommen ich mag die Musik und kleine Wurst ist ein Toad ja Nico ist das nicht mein Passwort dafür ist dein Land oh du alte Oberzicke ne das ist ja mal meine Tastatur das ist so viel besser und das Passwort ist auch der Toad und das schreiben wir auch direkt mal hier in den Chat rein so Raum Name der Toad alle Switchleute können auch mitspielen nur so zur Info so tada äh wunderschön machen wir das so wunderschön ich finde das sehr gut so aufstellen Name der Toad Passwort der Toad ich mag die Musik Zeit die Bildschirmauflösung richtig ich habe keine Ahnung wird schon irgendwie passen äh ich sehe da schon was ganz richtig ist es nicht Team oh Gott Team Toad Melinda Hilfe ähm Spielaufnahme halt Stopp muss das bisschen ich will diesen Strich unten nicht haben so besser geht schon los ne ich brauche aber auch noch den Fett ahhh so jetzt aber oh nein das wird immer das wird schlimmer von mir ok schlimmer oh ich habe lange nicht mehr die PC Version gespielt die sieht aber schon besser aus als die Switch Version da muss ich mal ganz ehrlich sagen die PC Version ist auf jeden Fall von den Farben her kräftiger und sieht einfach nur epischer aus irgendwie naja trotzdem ist die Switch Version ganz nett das langt jetzt schon ok die Switch Leute können auf jeden Fall alle mitspielen die können sich gönnen und halt die PC Leute auf jeden Fall ist die Steuerung so ungewohnt jetzt mit dem statt mit dem Switch Controller oh ich habe schon fast einen Torschuss gemacht ich bin so gut ich bin so gut ah wenn ich privat spiele bin ich ein bisschen konzentrierter als wenn ich jetzt hier bin ja aber wir haben schon mal ein Tor ne das ist schon mal krasse Leistung wie es hier soll sind wir hier im Raum 4 ok warum haben wir hier Team Toad und Team Melinda und ein Tor vom Noob mein Pendo dann schön sagt die Musik ist jetzt ein bisschen zu laut kann das sein ach du scheiße mein Controller hat gerade so extrem vibriert ich dachte mir so jetzt geht es aber los hier äh so ich dachte mir so jetzt geht es aber los hier ja Raffi ist so vor allem wenn ich jetzt nach Wochen mal wieder die PC Version spiele wo halt ein Xbox 360 Controller oder ein Switch Controller das fühlt sich schon anders an wieso ist es nicht weg aber man muss schon sagen die PC Version sieht schon epischer aus ich denke bei der Switch ist auch noch ein bisschen mehr drin die müssen das nur noch ein bisschen besser optimieren und da ist ein Tor von mir dann muss man einfach mal sagen guter Schuss ist einfach guter Schuss und ich hab noch eine Idee ich will noch was ändern und Yokino oder so guten Tag ich will noch eine Sache ändern mir gefällt das nicht so ganz dass der Raumcode bei meiner Anzeige da so doll ist deswegen mach ich das den hier ist das oben und ja wunderschön besser als wenn unten ist und eigentlich noch mal ein Tor und Yokino hi ich bin erstmal AFK oha knallende Wurst verletzt Tschüss aber wer kein Rocket League hat kann man sich gönnen ist glaube ich immer noch auf Steam reduziert und auf der Switch kostet es auch nur 15 oder 20 Euro also kann man sich schon gönnen würde ich sagen ja komm schade alles Oberzieken hier ne ich hab auch mal vor demnächst einen Mario Odyssey Speedrun zu machen wahrscheinlich nächsten Freitag da kann man sich denke ich auch mal richtig gönnen mein erster Mario my Odyssey Speedrun also mal gucken was für eine Zeit wir da raus holen werden wahrscheinlich 10 Stunden 10 Stunden Speedrun das wäre doch mal was ne das wäre mal eine richtig krasse Sache ah ah 4 Tore ist schon mal ne gute Sache diese Bots haben wir ja eigentlich 2 4 ok die haben auch kein einziges Tor geschafft die Noobs 10 Stunden ist zu gut für dich oha noch mehr 20 oh machen wir gleich 60 oder 60 Stunden für den Odyssey Speedrun das hat doch mal was oh das wird ein gutes Tor ich bin schon gut ne 100 na 200 200 ich hab hier einen Pink von 32 diese Karie ist der Shit so kacke oha die können doch richtig viel ne ich find die können richtig gut die sind doch richtig gut nein ah ja nur Mittelfeldpass das gefällt mir nicht ich will mehr komm oh Hollywood die schleudern mich hier alle weg ok ohoho nein du Noob ein Tor machen ok 12 Sekunden noch los naja das wird nichts mehr aber immerhin ein Tor ist ja ganz nett ein Tor immerhin Team Toth hat gewonnen ich bin der wertvollste Spieler what ich hab nur ein Tor gemacht jetzt will ich eh was gucken jetzt will ich eh was krasses gucken falls mir das gegönnt ist von YouTube aus was richtig krasses gucken ja ich bin halt einfach zu gut ne ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal wer ist denn alles noch so da schreibt doch mal alle wer jetzt so da ist ich geh mal kurz ins Menü tut mir leid ich bin so gut auf jeden Fall schaut mal alle die jetzt da sind weil jetzt ist ja 20 Uhr jetzt hab ich mir was anders vorgestellt und zwar da würde er jetzt kommen oha jetzt ist er wieder da also der Robert der macht ja heute Geburtstag und da hab ich mir gedacht da können wir ja jetzt mal der hat irgendwie 10 Zuschauer wir haben auch 11 da können wir ihn ja mal besuchen gehen oder? wollen wir den Robert mal besuchen? was sagt er dazu? wir können den Robert ja eigentlich mal richtig nice besuchen gehen wäre doch mal was so oder ja können wir mal machen ne denke ich mir auch deswegen machen wir das auch einfach mal so ich hab jetzt einfach mal die Tabs verwechselt ich bin auch einfach zu gut ne so der Robert spielt grad Mario kattig richtig krasser Typ ist das auf jeden Fall und jo ich mach jetzt mal eine Bildschirmaufnahme an wenn ich dafür bezahlt werde oh ja oha jetzt regelt schon die Bezahlung hier ich merk das schon so wir machen eine Bildschirmaufnahme uuh ja von genau dem Fenster so genau eine krasse Bildschirmaufnahme das wollen wir sehen und dann besuchen wir mal den Robert Robert ok den Raumkopf können wir wegnehmen so wollen wir mal den Robert besuchen den Robert den können wir mal besuchen ehh wir den Link kopieren wir besuchen mal den Robert oder und dann schreiben wir heftig tot oder so heftig krasser tot oder so irgendwie sowas ehh so und mein Dashboard und dann ja Twitter Chat aktiviert geile Robert wollen wir anfangen wer ist denn alles da wollen wir anfangen da kommt in die Lobby lässt sich die Leute finden oder was weiß ich kann das nicht auf Twitter schauen Twitter live ist eh egal ja dann danke nochmal Schokoheld an sicherlich meinen goldenen Namen im Chat oha freut mich voll das Twitter global so wollen wir wer ist alles da Nuta Luca ist da Austin ist da wir sind ja zwölf Leute da sind ja jetzt mehr als zwei Leute im Chat und ja der Robert der macht hier grad ich glaube ich abonnieren auch immer mit einem zweiten Account kann man denke ich auch mal machen und wir geben einem fetten Like hier hier muss ja alles gemacht werden ja ich glaube wir fangen einfach mal der erste von euch darf anfangen und ich zieh den hinterher ihr fangt an und ich mach den hinterher krasser Tod ja Hashtag krasser Tod der Robert zieht das auch schon Hashtag krasser Tod ey hefte krasser Tod also ist einfach eine Ansage der Robert hat irgendeinen Kollegen da im Chat Julian ist nun Julian ist nun Teil der 89 Bu läuft auf jeden Fall krasser Tod also ist schon eine Ansage hier ey Noob der Luca ist nun auch ein Abonnent ich glaub der Robert der merkt das hier gar nicht ey ich glaub der ist zu doof dafür der alte Robert freut mich stabil der Nico ist auch mal hier es geht doch oder man kann auch einfach so nachschauen wenn man gar nichts sicher toll aus toll aus toll aus dankeschön David für's happy birthday ja ja der Nico Hashtag krasser Tod warum schreibt ihr alle Hashtag krasser Tod ach werd ich grad geradet nein ich hab geradet hä ich versteh die Welt nicht mehr nein werde ich nicht mehr einfach steht nix einfach steht nix ok ok wenn ja dann wenn ja dann dankeschön ich habe zu viel youtube ich habe zu viel youtube danke Olschko für die 2 Euro freut mich hm herrsch der krasser Joschi warte ich wo das nachgucken ja danke Benjamin ich habe das extra so geplant gehabt was mit dem aufhören wenn der da hier anfängt ach hast du Toad genommen hä die ist voll verrührt feiere ich voll finde ich voll geil stream ja Sam & Andy stream finde ich voll geil finde ich voll geil finde ich voll geil ne der streamt grad nicht hä der streamt grad nicht das ist voll geil könnte keine Verbindung zum Tigret hergestellt werden ja ist doof ne Toad sind überall krasser boohoo Junge 27 zuschauer Junge Rekord lag bei 34 das heißt wir ich ziehe ihn nicht ok kriegen das hin und jetzt muss ich gleich ein Lund rein da auch immer ein Tricken ja gleich mal mit einem Hauptaccount ne das ist ja grad der Gag da bei Tendika den Lundern der nicht wirf ne der ist ja grad der Gag schon belastend der schickt das nicht Oder er war schon. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Toll, er streamt mich, ja. Ja, hallo an alle. Robert, ich glaube, dein Toilette ist weg. Kannst du... Ja, ist auf jeden Fall lustig, dass der nichts hier versteht. Ist ja toll, dass der Kollege nicht mal meinen Zweitkanal kennt. Das ist ja schon mal richtig hart zuständig, ja. Ich wollte mich auf die Toilette setzen in meinem Zähnepunkt. Robert! Morgen bin ich bei dir. In dem Sinne, tschüss! Was? Der Toad? Der Toad ist Toados. Hä, wo denn? Welcher Toad? Hä? Ihr bringt mich alle mega durcheinander. Wer ist denn? Mann, hört auf, ich bin für Willen jetzt. Geiler Typ. So, in dem Sinne, tschüss! Ich gehe jetzt weinen. Hallo, der Toad. Ich weiß nicht, bist du Toados? Wenn ja, ne? Tschüss! Genau.